Moin Leute, was geht ab und da kommt es weiter, Video hier auf meinem Kanal. Heute nächste RTG-Folge und heute endlich wieder zu einer saftigen Promo. Ihr habt es ja gemerkt, die letzten Tage kamen nicht so viele Videos, weil einfach der Showdown, also generell die ganze Showdown-Promo, hat nicht so viel hergegeben. Ich habe fast alle gemacht, muss auch noch zum Beispiel Stones abschließen. Wir öffnen jetzt gleich meine Rang 1 Rewards. Ich habe WL schon gespielt, Team zeige ich euch gleich. Und wir gehen nochmal, bevor es reingeht, kurz die neuesten Sachen durch. Es kam ein Memphis Depay, der spielt allerdings nicht so viel bei Atletico. Ihr seht, ab dem 17. März, also in zwei Wochen geht es los. Da könnt ihr dann darauf hoffen, dass die Fantasy-Karten spielen, Tore schießen, der Verein gewinnt und so weiter und so fort. Sowohl Depay als auch Atletico, aber jetzt nicht so gut unterwegs. 87, 85, 84 finde ich persönlich das erste Mal relativ teuer. Stones, wie gesagt, schließe ich gleich noch ab. Eliott werde ich wahrscheinlich ausnahmsweise mal skippen, denn ich habe nämlich mit Wout Wehrhaus die WL gespielt und mit diesem wunderschönen Team. Wout the Goat mit Molina Soler. Da seht ihr auch schon nochmal die ganzen anderen Schaulons auf der Bank. Also vier Ligen, sehr, sehr cool. Wout hat in 21 Spielen drei nice Tore gemacht. Falls ihr das Video noch fix seht am Freitagabend, Wout läuft noch, glaube ich, bis Samstagmittag. Ich kann ihn euch sehr empfehlen, zumal Menü ja auch aktuell gut unterwegs ist. Und ja, die Karten zeige ich auch nochmal ganz kurz, die ich jetzt gleich theoretisch ziehen kann. Hier ist noch ein Alexander Isak, den finde ich sehr interessant, weil ich ja sehr viele Newcastle-Karten habe, die ja auch viele Karten jetzt generell schon haben, mit Pope und mit Gordon, mit noch im Schaulon, ich habe den Namen schon wieder vergessen, und so weiter und so fort. Also den hätte ich sehr gerne. Guri ist zum Beispiel mit drei Week, finde ich ziemliches L. Ansonsten, die Kartenauswahl finde ich ganz stabil. Miller finde ich noch ganz cool, Trimmel, Alli und wie gesagt, alle Karten kriegen wahrscheinlich ja auch nochmal ein Upgrade. Also Union Berlin muss halt irgendwie ein Spiel, zwei Spiele zu Null spielen und irgendwie mal ein Spiel gewinnen und dies, das jenes, das werden die ja wohl schaffen. Dann ist der gute Trimmel direkt auf eine 88 oder 89. Also schon sehr, sehr geil. Ich habe meine Rivals-Quotes auch noch aufgespart, habe den Pick allerdings schon geöffnet, also diesen Elite-Foot-Champs-Krams-Pick hier, da war Rodri drin. Und wir gehen jetzt hier auch nochmal ganz kurz rein. Könnte tatsächlich sogar Messi ziehen, auch wenn ich den jetzt nicht wirklich 100, also nichts jetzt gegen Messi, ist ja ein super Spieler, aber in FIFA dieses Jahr ist das auch nicht so der Allerbeste. Ich habe die Heroes tatsächlich gerade gar nicht gezeigt. Es gibt auch neue Heroes, mit unserem Ginola und so weiter und so fort. Ich ziehe jetzt gleich einfach ein. Da muss ich es euch nicht noch extra zeigen. Messi kostet übrigens fast eine Million. Wir nehmen mal Braithwaite mit. Nummer 2 gibt uns einen... Ja komm, kurz und schmerzlos. Nehmen wir den auch mit. Gute Werte. Tatsächlich auch nicht unverdient. Kobel ist echt eine Maschine im Moment, muss man ja mal sagen. 4 Pro, den hatten wir in-game. Sehr schön. Und am besten noch einen 86 Plus im letzten. Das gibt uns nochmal... Oh, Müller hat sogar 88. Nice, okay. Das ist doch schon mal gut. Da habe ich wieder ein bisschen Fodder. Kann ich gut gebrauchen. Gibt genug SBCs im Moment. Deswegen, die werde ich aber auch alle, glaube ich, gnadenlos wieder abgeben. Speichern wir schon mal alle. So, und jetzt geht es rein. Also, Heroes. Wir können unter anderem noch Ginola ziehen. Es gibt einen Ricken, zumindest aus der Bundesliga. Es gibt noch einen King. Es gibt einen Peter Korts mit 5-stern des Skills. Abilipilli, Cuvel, Capdevilla, Cordoba und so weiter und so fort. Also, jede Menge. Und einen Roberts und einen Milinkovic-Savic. Nimmen wir schon mal Roberts mit. So, komm. Rang 2 haben wir geholt. Wünscht mir Glück. Das sieht ja schon mal super aus. Muss ich sagen. Patrick Schick im Ersten. Großartig. Nummer 2. Naja. Kane. Wie sieht es aus mit irgendwelchen Special-Karten? Komm. Gönn. Also, bitte. Was ist das denn? Der Letzte? Okay. Einen haben wir. Einen haben wir. Einen haben wir. Einen haben wir. Angelino. Gut, dass Hoffenheim aktuell so stark unterwegs ist. Ähm. Naja. Vielleicht sind die in 2 Wochen ja wieder besser. Kann man ja natürlich so argumentieren. Wie gesagt, geht der jetzt in 2 Wochen los mit den 6 Spielen. Ja. Was sag ich zu der Ausbeute? Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob der Angelino 2 Wochen in meinem Verein überleben wird. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Zusätzlich habe ich auch noch ein paar Picks gemacht. Die erspare ich euch heute jetzt erstmal. Ähm. Wir machen jetzt heute erstmal die ganzen guten und dicken Packs auf. Die Picks werde ich dann wahrscheinlich einfach nochmal, ähm. Falls noch was Gutes ist, schneide ich die euch noch mit rein. Aber ich denke, äh. Jeden einzelnen Pick erspare ich jetzt erstmal für die Folge. Also ein paar 80 plus Picks habe ich noch mitgenommen. Genauso wie Ito. Boah. 84, 84, 83. Ist nicht schön, aber was willst du machen? Mittlerweile habe ich echt viele Informs noch. Auf der Liste. Wir bräuchten halt schon wirklich Messi Inform, ne. Damit sich das hier wirklich richtig gelohnt hat. Zumindest ein bisschen Bewertung wäre toll. Spanien. Spanien. Linksverteidiger. 4. 16,5 K. Naja. Sag ich euch ganz ehrlich. Das waren keine guten Inform-Packs. Waren aber auch nur zwei. Nicht drei. So ehrlich muss man sein. Ähm. Und dann würde ich sagen. Machen wir erstmal weiter mit den Tauschbaren. Es sind auch noch Quali. 10-0 Quali-Rewards. Laporte ist auch noch mit dabei. Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ihr seht es ja einfach. Laporte ist drin. Solange es keine bunte Foot-Fantasy-Karte ist, ist es sowieso irrelevant. Aber gutes 50-K-Pack. Ähm. Mit Colomuani-Trap. Und ähm. Laporte. Das war schon mal sehr nice. Ich glaube ein Megapack haben wir auch noch tauschbar. So ist es. Und die Untauschbarung mache ich dann gleich. Da kann ich dann besser gucken. Wegen den ganzen Doppelten. Das haben wir hier. Alberto. Nicht so nice. Ausbaufähig. Julian Brandt. Sosa. Können wir da ein bisschen sammeln. Alter. RT-BSC. Drittes Trikot. Seit wann gibt es denn das? Bin ich verwirrt? Habe ich noch nicht einmal gesehen. Das sieht sogar ziemlich cool aus, wenn ich ehrlich bin. Falls ihr euch übrigens fragt. Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Gerade in meinem Stream. Für welchen Verein denn die Heroes spielen? Das müsst ihr dann nochmal schauen. Aber zum Beispiel zählt Ginola als Newcastle-Spieler. Oder Ricken zählt logischerweise als Dortmund-Spieler. Und so weiter und so fort. Also die können dann auch trotzdem Upgrades kriegen. Heißt, wenn Newcastle gewinnt, steigt auch Ginola. Also, ähm, recht interessant. Moffi, Parejo. Ja. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder ein paar Coins sammeln. Sehr nice. Ähm, ansonsten haben wir noch die beiden 125 Carpacks. Aus den WL-Rewards. Und dann haben wir noch, wie gesagt, die Rhymes-Rewards. Ein paar untauschbare Sachen. Da wird ja wohl nochmal hoffentlich ein weiterer Foot Fantasy kommen, ne? Also, Valverde, Bellingham, Gurke, Fabian. Viele 83er. Kann ich alle wieder verkaufen. Die sind ja gerade relativ hoch. Und dann ist es, glaube ich, schon für die WL-Rewards das letzte Pack jetzt. Ja, was soll ich sagen? Ausbaufähig, ne? England, Rechtsverteidiger, Tred. Also, Walkouts waren genug dabei, aber... Bis auf Angelino. Recht enttäuschend. Ich bin mal sehr gespannt, was die Heroes für eine... Für eine, ich sag's mal, Packrate haben. Weil die Icons während des ganzen Team of the Ears, das war ja wirklich sehr, 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 sehr schwach. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Deswegen sind ja auch so Ronaldinho und Beckham abnormal teuer. Und wenn jetzt zum Beispiel Ginola, na, nehmen wir mal wieder den als Beispiel, nur eine Woche in Pax ist und so eine schwere... Also, und so schwer ist zu ziehen, dann könnte das echt meiner Meinung nach problematisch werden. Auch wieder um die Preise. Dann kostet der irgendwie auch wieder 10 Millionen plus. Das wäre ich kein Fan von. Die WM-Icons beispielsweise hat eine deutlich bessere Droprate. Die hat man irgendwie leichter gezogen, vergleichsweise. Ja, und was soll ich sagen, meine Freunde? Noch keine weitere Fantasy-Karte. Viel fodder, ist okay, aber... Ansonsten nix mehr. Was haben wir denn noch? Wir haben jetzt gleich noch hier das 5x83 Plus. Das machen wir erstmal ganz am Ende. Ja, und 200 Carpecs. Ja, weiß ich nicht. Keine weitere Karte. Keino Navas. Nottingham Forest-Legende. Bewertung ist halt echt okay, ne? Aber, ja... Habe ich jetzt gespielt für die Bewertung? Eher nicht. Also es ist immer noch Elite-Division-Rivals-Rewort. Ähm... Rang 2 und 10-0-Quali-Rewort. Also so schlecht sind die Sachen ja eigentlich nicht, die wir jetzt ja eigentlich aufgespart haben. Letztes Pack. Gucken wir mal. Keine Animation heute gesehen. Enttäuschend. Martip. 84er. Habe ich den doppelt? Da muss ich mal mit dem kurz was machen. Moffi. Der ist, glaube ich, untauschbar, ne? Alles klar. Dann sehen wir uns gleich nochmal kurz wieder zum 5x83 Plus. So. Habe noch einen weiteren 2x83 Plus Pick gemacht für Nuno Tavares Future Star. Lange, langes her. Ach, ich dachte kurz. Und auch wieder nur ein 83er. Ja. Also, schreibt mir gerne mal, wie immer, unter das Video, falls ihr schon reingelackt habt. Ich meine, wir hatten ein Angelino. Und wie ihr generell so die Promo findet, was ist so euer Bauchgefühl. Mit diesem Pack werde ich jetzt erstmal dann das heutige Video beenden. Falls noch was in den Picks ist, melde ich mich. Aber das sieht aktuell nicht so aus. Also, Packlack war nicht so on point, aber man kann nicht immer reinlacken. Ja. Euch auf jeden Fall wünsche ich mehr Glück. Und hoffe natürlich, dass er noch einen saftigen Hero zieht. Das will ich auch auf jeden Fall diese Woche schaffen. Da werden wir nochmal ein paar Müssen reinkrallen. Dann sehen wir uns leider wieder, meine Freunde. Und drückt natürlich meinen Schalkern die Daumen gegen Bochum. Wichtiges Spiel. Letzte Woche hat es schon gut funktioniert. Bis dann. Tschüss. H Bis zum nächsten Mal.